Aber wir waren glücklich, glaube ich. Ich war wirklich überrascht, dass ich es gefehlt habe. Ich habe es gefehlt, zu denken über AHA. Aha! Eine der größten Bands der Welt ist zurück mit ihrem neuen Album Cast in Stier. Neue Material ist immer das eine, die uns gefühlt hat. 2016 auf Tour. Tickets jetzt im Vorverkauf. AHA! Das neue Studioalbum Cast in Stier.